Dieses zu veräußernde neuwertige 4-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Berlin. Das im Jahr 2013 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 446 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 113 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 349.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Das Haus hat einen Kaufpreis von ca. 114 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 114 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 114 Quadratmetern weist das Gebäude. Das Haus hat einen Kaufbeugel. Das Haus hat einen Kaufvertreis von ca. 114 Quadratmetern weist das Gebäude. Das Haus hat einen Kaufvertreis von ca. 114 Quadratmetern weist das Gebäude.